Sie sehen hier, diese Wanne hier, dreieinhalb Meter ist diese Wanne tief. Dreieinhalb Meter. Und wir sind jetzt am tiefsten Punkt des ausgebauten Führungsweges angelangt. Wir sind jetzt 135 Höhenmeter herunterspaziert. Oben zur Erinnerung haben wir begonnen bei 900 Meter Seehöhe. Hier sind wir auf 765. Untertitelung des ZDF, 2020